Lampukistan Gaming ist hier, weiter geht's am Freitagabend mit Saints Row und der nächsten Aktivität, wir sind im Lawrence Square im Morgensterngebiet und diese Aktivität hier haben wir abgeschlossen. Ähm, Panzervandalismus, ne wir haben diese hier abgeschlossen und haben jetzt die anderen Panzervandalismen, würde ich mal sagen, haben hier weiterhin freigeschaltet. Wir haben leicht gemacht, würde ich sagen, wir starten heute weiter mit Mittel, oder? Da geht's direkt weiter, wir brauchen ein Fahrzeug. Yeah, dieses Fahrzeug, oh, wieso können wir das nicht holen? Let's go, mit Airlines rennt man hier ein bisschen unorthodox, aber pass auf, mit drei sollte man eigentlich, genau. So, raus mit dir. Radio aus und los geht's. Und später, jetzt schauen wir uns erstmal ein paar von diesen Aktivitäten an und später würde ich sagen, ähm, machen wir auch mal ein bisschen Story. Aber für die Erfahrungspunkte sind auch diese, ähm, Aktivitäten hier nicht schlecht. Brauchen wir sowieso später im Spiel, wir wollen alles entdecken. Okay. Panzervandalismus, äh, Mittel. Ja, das Fahrzeug lenkt richtig schlecht irgendwie. Okay, pass auf, hier brauchen wir schon ein bisschen mehr Geld. Ab geht's, Ladezeit ist relativ kurz. So, pass auf, was brauchen wir hier? 350.000 schon. Das ist ein Wort. Das ist ein richtiges Wort. Aber das geht ja relativ schnell. Das sind ja nur ein paar Minuten, ja, das sind alles meine eigenen. Sollte ich eigentlich nicht töten, die Jungs? 75.000 haben wir schon. Sollte ich das an, da sind diese fetten Typen am Start wieder, die geben richtig Kohle. So, da hinten ist noch was. Komm schon. Okay, 160.000. Knapp die Hälfte haben wir. Getötete Maskottchen. Okay. Sind diese Genki-Typen, glaube ich, in diesen Kostümen. Na, jetzt kommen, werden wir langsam wieder verfolgt, glaube ich, oder? Hinter uns kommen die. Sind ich das richtig? Hey, da kommt noch nix, ey. Leute, wir haben noch eine Minute und wir brauchen noch fast 100.000. Sind die oben irgendwie auf der oberen Straße? Ne, hier sind noch ein paar Typen. Aber die werden wahrscheinlich reichen. 292.000. Oh, das wird knabber. Wir können, glaube ich, auch hier ein bisschen die Umwelt kaputtballern. So, jetzt haben wir es geschafft. 365.000. Oh, da kommt der Helikopter. 367.000. Alles klar, wenn die Kombi vorbei ist, dann ist auch der, die Aktivität geschafft. Panzer-Vandalismus, geschafft. Let's go. Bargeld. 4.000. Oh, knapp vor Level 3, wir müssen noch ein bisschen weitermachen, denn hier sehen wir nämlich immer die Einnahmen, die sich da erhöhen. Mit jeder Aktivität, die wir erfolgreich abschließen, erlangen wir mehr Kontrolle über Sealport, über die ganzen Bezirke. Okay, weiter Vorgang. Okay, das war der Panzer-Vandalismus in Mittel. Im nächsten Video sehen wir uns beim harten Panzer-Vandalismus wieder. Bleibt also dran.